Willkommen bei der Gärtnerkanal, bei Janus Moratti, bei der exotischen Pflanzen zu vermeiden und wie es weitergeht und bei der heimischen Sachen zu vermeiden und wie es weitergeht. Schauts in der Kanalinfo, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und Tiktok und meine Homepage ist da verlinkt und mein Merchop ist da verlinkt. Schauts bei i vorbei und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Hier haben wir Papaya Pflanzen. Der Austrieb schaut wunderschön aus. Der da auch, aber das Blatt und das Blatt und das Blatt schaut komisch aus. Und da haben wir einen Weihnachtsstern. Und da haben wir die Schlangenfrucht und die Litchi. Und Granatapfel ist auch nichts gekommen, noch nicht. Und da haben wir die Maracuja. Die wächst da bis da rauf. Und da haben wir die Litchi. Sie kriegt einen neuen Austrieb. Und Babyananas. Schaut auch ganz gut aus. Da haben wir den kleinen Kaffee. Und da haben wir auch den Kaffee. Und da haben wir auch den Kaffee. Und da haben wir die zweite Maracuja. Die muss ich heute düngen. Kommt ein Video. Verlinke ich irgendwo. Und da haben wir auch Kaffee. Und da ist auch noch nicht, noch nicht am Wachsen. Da haben wir die rote Ananas. Und da haben wir normale Ananas. Und Kaffee. Was sehe ich da? Wolläuse kriegen sie. Und Banane und Kaffee. Und da haben wir die Maracujas. Schaut ganz gut aus. Da haben wir die Kaktusfeigen. Und die Kaffee. Und die Avocado. Treibt neu aus. Schaut ganz gut aus. Und die Zimmerpalme. Da bin ich oben. Zimmerpalme. Wachst auch ganz gut. Und die Zimmerpalme. Wachst auch ganz gut. Da haben wir den Gummibaum. Der wächst auch ganz gut. Und da haben wir Weihnachtskaktus. Der kriegt Blüten. Jede Menge. Und da haben wir den Fikus. Okay. Die wachsen ganz gut. Tschüss Leute. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch. Schaut in die Videobeschreibung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut Kanal Info. Schaut bei i vorbei. Und am Ende des Videos. Kannst ihr drei Videos andrücken. Und mein Logo andrücken. Und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde. Bei Facebook. Bei WhatsApp. Auf Instagram. Auf Snapchat. Überall. Und schaut auf meine Homepage vorbei. Und schaut bei meinem Match Shop vorbei. Bis zum nächsten Video.